Hallo und herzlich willkommen hier auf The Big Creek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung von königlichem Wissen. Aktuell läuft die Gelfand Challenge, ein Turnier mit 20 der besten Jugendspieler in der Welt und Vincent Keimer aus Deutschland ist dabei. Es geht um einiges, denn der Sieger darf bei der nächsten Etappe der Meltwater Chess Tour mitmachen, also der großen Tour, bei der Magnus Carlsen der Weltmeister dabei ist und viele weitere Weltklasse-Spieler. Das heißt, der Gewinner dieses Turniers darf bei der nächsten Etappe mitmachen, Ende Juni beginnt die. Und schauen wir mal, wie es für Vincent Keimer läuft. Wir gucken uns eine Partie an aus der 11. Runde und die hat es in sich. Gegen Jonas Buhl-Biere, dem dänischen Großmeister. Ich glaube, genau der gleiche Jahrgang wie Vincent 2004. Biere beginnt hier die Partie mit D4. Schnellschach, 10 plus 5 das Format. Springer F6, C4, E6, Springer F3, D5. Damen Gambit bis hierhin und jetzt leitet Biere mit G3 in Katalanisch über. Läufer B4 Schach. Ich hatte vor einigen Tagen eine Partie gezeigt von Vincent Keimer von der Juniors Speed Chess Championship. Dort war, glaube ich, die gleiche Variante am Brett. Auch Katalanisch. Dort spielte weiß Läufer D2, Denis Lazarek aus Belarusland. Meine Güte. Ja, und hier spielt Bieder aber Springer BD2. Warum habe ich meine Güte gesagt? Jetzt einfach wegen Belarusland, Weißrussland, diese Namensverehrung. Ein bisschen nervig. Okay, zurück zu dieser Partie hier. Springer BD2. Ein bisschen anders hier, wie es verläuft. Hier kann Schwarz den Bauern auf C4 erstmal schlagen, weil der Springer ist gefesselt. Läufer G2 und kann den dann mit B5 decken. Das geht hier sehr konkret und das ist alles auch Theorie. Wenn Weiß hier mit Springer E5 den Turm auf A8 attackiert, dann blockt einfach Schwarz mit Springer D5 die Diagonale hier. Stattdessen spielt der Biede kurze Ruhade. Kurze Ruhade. A4, typischer Zug. C6, auch typisch. Und hier spielt der Däne Springer E1 zurück, droht auf B5 zu schlagen und deswegen blockt jetzt Schwarz mit Springer D5 die Diagonale des Läufers hier. So, dass er auf A schlicht B5, C schlicht B5 spielen kann. Es geht weiter mit Springer C2, greift den Läufer an, der geht zurück. Und wie so häufig in solchen Strukturen, bekommt Weiß Kompensation für den Bauern, indem er das Zentrum besetzt mit einem zweiten Bauern, E4. Greift den Springer an, der muss zurück, Springer B6, A5, Springer 6, D7 zurück. Ja, und nach E5 machen wir kurz Stopp. Wie gesagt, Schwarz hat einen Bauern mehr, aber Weiß hat natürlich Kompensation in solchen Stellungen, weil hier hat er inzwischen Raumvorteil durch den Bauern auf E5 und bei Schwarz ist noch einiges unterentwickelt hier, der gesamte Damenflügel und seine Figuren allgemein, nur auf der ersten und zweiten Reihe. Läufer B7 hier, Springer E4. So, der Springer, der Weiße, der ist natürlich sehr aktiv hier. Jetzt sehr interessanter Zug von Vincent, er spielt Dame C8, deckt den Läufer und bereitet C5 vor, diesen typischen Zug, mit dem man sich hier am Damenflügel befreien möchte. Dame H5, Weiß aktiviert die Dame, stellt die super aktiv hin hier. C5, logisch. Läufer G5, alles sehr logisch, greift den Läufer hier an, entwickelt den schwarzfelderigen Läufer, möchte die schwarzen Felder schwächen. Schwarz nimmt auf G5 raus, das ist in Ordnung und das musste er hier gut berechnen. Weiß spielt er jetzt nicht Springer schlicht G5, das hätte hier matt gedroht, aber das kann man mit H6 ganz gut abwehren, dann muss der Springer wieder weg. Beispiel Springer D6, greift die Dame an und den Läufer und dieser Läufer ist natürlich auch noch angegriffen und ihr dürft jetzt dreimal raten, wie Vincent hier fortgesetzt hat. Das hat er alles gut berechnet und es gibt hier nur einen Zug, der gut ist für Schwarz, nur einen Zug und der lautet nicht die Dame zu ziehen, sondern Läufer schlicht G2. Die Dame ziehen wäre schlecht, einfach Läufer schlicht B7, greift hier den Turm an und gewinnt die Qualität einfach, beziehungsweise eine ganze Figur, weil hier hängt auch noch der Läufer, also das ist ein großer materieller Vorteil für Weiß. Ne, Läufer schlicht G2. Jetzt muss Weiß die Dame nehmen, sonst hat Weiß Material weniger, Springer schlicht C8. Jetzt Läufer schlicht F1. König schlicht F1, Turm schlicht C8. Dame schlicht G5. Machen wir kurz Stopp hier. Was hat Schwarz für die Dame bekommen? Turm, Springer und Bauer. 3, 5, 6, 7, 4, 7, 8, genau und Bauer. Wie zähle ich sowas schnell ab? Ganz einfach, ich subtrahiere die Figuren, die auf dem Brett sind und gleich sind, zum Beispiel ein Springer, ein Springer, die zähle ich nicht. Turm und Turm zähle ich nicht, weil ich sehe schnell, das ist gleich. Ich zähle den Unterschied. Das ist die Dame gegen Turm und Springer. Plus, ich zähle dann schnell die Bauern. 3, 5, 7, 4, 7, 8. Ein Bauer noch. In Gelb bitte. Turm, Springer und Bauer gegen Dame. Das ist materiell genau gleich. Neun Punkte, wenn man die Eiskugeltheorie hier anwendet. Es ging weiter mit Springer C6. Entwickelt den Springer, greift hier den Bauern an. Ja, Weiß sollte jetzt hier Turm D1 spielen und den Bauern decken, aber er nahm auf C5 raus. Das Problem hier ist, dass Schwarz auf C5 wieder nimmt und der Springer auf D3 gleich auftauchen wird. Sehr aktiv. Dame E3, Springer D3. Und jetzt steht Schwarz sogar besser. Es ging hier weiter mit B3, greift den C4 an. Das Ding ist F4. Dafür ist keine Zeit wegen Turm D8 und Schwarz aktiviert seine Figuren und steht hier einfach klar besser. Stattdessen B3, wie gesagt, greift den C4 an. Springer schlägt E5. Springer D schlägt E5. Er nimmt sich den Bauern. B schlägt C4, Springer schlägt C4. Dame muss wieder ziehen. Dame G5. A6, Springer E3. H6, schöner Zwischenzug. Er ist noch Tempo mitnehmen. Luftloch schaffen für den König. Sehr gut. Dame F4. Und jetzt holt sich Vincent noch einen Bauern ab. Springer 6 schlägt A5 und hat jetzt inzwischen materiellen Vorteil. Turmspringer und drei Bauern für die Dame. Das ist sehr viel. Das sind inzwischen 11 Punkte gegen... Moment. Turmspringer und drei Bauern sind 11 Punkte gegen Dame 9 Punkte. Also zwei Bauern mehr. Oder zwei Punkte mehr. Gut, aber eine Dame ist natürlich immer noch sehr gefährlich. Es geht weiter mit Springer G4. Turm D8. Aktiviert den Turm über die D-Linie. Dame C7. Turm AC8. Greift die Dame an. Dame E7. Springer C6. Wieder Angriff auf die Dame. Dame B7. Springer B4. Stark. Die Springer sind super. Deck den Bauern hier. Die Türme nebeneinander. Super stark alles. Superschöne Harmonie. König G2. H5. Greift den Springer an. Sehr schön. Vincent möchte den Springer tauschen. Wenn er zurückgeht, dann wird er den sofort cashen. Turm B1. Springer D5. Springer E3. Das ist jetzt sogar noch schlechter gewesen für Weiß. Er hat nicht aufgepasst in Zeitnot. Aber er steht sowieso hier objektiv auf Verlust inzwischen. Springer C schlicht E3. Schach. F schlicht E3. Springer schlicht E3. Schach. König F3. Turm C3. Und wir sehen, plötzlich geht es dem weißen König an den Kragen. Dame schlicht A6. Springer F5. Schach. König G2 zurück. Turm D2. Schach. Typisches Treppenmanöver hier. Wenn der König nach H3 läuft, dann ist G5, gefolgt von G4, schon matt. Das kann Weiß hier gar nicht vernünftig abwehren. Deswegen ging der König noch auf die Grundreihe. König G1. Aber da steht er auch nicht gut. Es geht weiter mit Springer D4. Dame A8. Schach. König A7. Dame E4. Schach. F5. Die Dame wird einfach abgedrängt. Dame B7. Springer F3. Schach. Gedeckt vom Turm. König F1. Springer schlicht H2. Schach. König zurück. Springer F3. Schach. König F1. Springer G5. König E1. Springer E4. Weiß könnte natürlich jetzt die Dame hier geben. Aber dieses Endspiel ist natürlich auch hoffnungslos verloren. Mit Turm und 5 Bauern gegen Turm. Stattdessen Dame F7. Greift den F5 an. Aber das ist zu spät. Turm E3. Schach. König F1. Springer schlicht G3. Schach. König G1. Turm E2. Droht matt auf G2. Das verhindert Weiß noch mit Dame B7. Deck das Feld hier. Hier könnte man zum Beispiel schön den H-Bauern laufen lassen. Das hätte mir gefallen. Und dann hier einfach mit dem H-Bauern matt setzen. Ich glaube nicht, dass Weiß hier Zeit hat, irgendwas zu machen. Zumal der Turm hier auf B1, der kann nicht ziehen, weil er muss die Grundreihe decken, weil sonst immer Turm matt kommt auf der Grundreihe. Also Weiß ist hier total verloren. Springer E4 stattdessen. Dame schlicht B5. Turm G2. Schach. Und jetzt wird es matt. König A1 ist sofort matt. Springer G3. Stattdessen ging der König nach F1. Aber auch das ist matt. Turm Df2 Schach. König E1. Turm G1 Schach. Und Jonas wollte nicht aufgeben. Er spielte bis zum matt. Dame F1. Turm G schlicht F1. Schach matt. Der Springer deckt den Turm. Ein wirklich sehr, 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 sehr überzeugender Sieg mit Schwarz, muss ich sagen. Also eine Top-Partie, wo Vincent super gerechnet hat. Erstmal er kannte wieder die Eröffnung extrem gut. bis, ähm, war weit Theorie, habe ich nachgeschaut. Und dann halt auch ein schönes Damenopfer. Und man muss sagen, das ist der gleiche Jahrgang, ne? Und Bjerre auch ist ähnlich, zu einem ähnlichem Zeitpunkt Großmeister geworden. Und ich glaube, das war jetzt das zweite Mal, dass Vincent gegen ihn gewonnen hat. Bei dieser Julius Bär, äh, Youth Challenge. Diese Gelfand Challenge gehört ja zu dieser Tour, ne? Dieser Julius Bär Challenge. Und die gute Nachricht ist, nach 15 von 19 Runden, denn er spielt ja jeder gegen jeden bei 20 Teilnehmern, führt Vincent Keimer das Feld an. Ähm, guck mal auf die Tabelle. Mit zwölf Punkten aus 15 Partien, also super stark. Und hinter ihm ist nur Ramesh, Babu, Pragnananda. Ne, alle sind hinter ihm, aber Pragnananda ist nur einen halben Punkt hinter ihm. Der Rest ist schon abgefallen, muss man sagen. Und noch vier Runden am letzten Tag. Und wie gesagt, wenn er gewinnt, dann qualifiziert er sich für die nächste Etappe der Meltwater Chess Tour. Das wäre natürlich echt ein Hammer. Und, ähm, als Preisgeld gibt es noch 3.000 Dollar. Gut, das, ich glaube, das ist ihm wahrscheinlich nicht so wichtig. Ähm, aber das wäre natürlich richtig geil, wenn er, äh, bei der nächsten Meltwater Chess Tour, bei der nächsten Etappe der, äh, Meltwater Chess Tour dabei wäre und gegen Magnus Carlsen spielen würde. Unter anderem. Ja, ich hoffe, die Partie hat euch gefallen. Und vielleicht werden einige von euch überrascht sein. Ich habe die Partie aus weißer Sicht gezeigt diesmal. Es kommt immer wieder in den Kommentaren vor, äh, warum zeigst du mal eine Partie aus weißer Sicht, mal aus schwarzer Sicht? Häufig ist es so, dass ich aus der Gewinnersicht zeigen möchte, aber ich weiß nicht. Manche verwirrt es. Könnt ihr gerne mal einen Kommentar hinterlassen, ähm, was euch lieber ist. Immer aus weißer Sicht, Gewinnersicht, variieren, euch im Unklaren lassen. Interessiert mich mal. Gerne eure Meinung hinterlassen und gerne dürft ihr auch ein Abo hinterlassen, falls ihr es noch nicht getan habt hier für The Big League. Dankeschön. Bis bald.